Das sind bestimmt zehn, das sind bestimmt zehn Reiter. Ja. So viele waren noch über. Hallo, Schlacht. Jetzt, jetzt, jetzt heißt es Orks niederknüppeln. Der Herr des schwarzen Landes soll heraustreten. Hallo. Hallo. Bei allem, was euch teuer ist auf dieser Erde. Sag ich, haltet Stand, Menschen-Sesbesten. Und der steht da einfach nur still rum. Yo. Ich bin jetzt Dandal, der Weiße. Damit ich wieder Lego aus. Das war mir ziemlich dämlich, weil die Gegner sich bewegen konnten und dämlich. Und auch nachdenken. Hallo, Troll. Oh, lalalalalalalalalalal. Komm her. Lustig, wie dieser Kreis aus Pferden einfach mal der übelsten Armada standhält. Gondal. Da, 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 da. Na. Gondal. Du sollst es tun. Na. Er hat mich gegriffen. Er hat mich gegriffen. Lo. Komm her Troll Fußschuss Oh, Legola Ach ne Legolas braucht man da gar nicht Nein, braucht man doch nicht Gut Wetten, man muss diese Teile Kaputt machen Meine Fähigkeit zu gucken Wird von diesem Spiel sehr Äh Was? Ich hab Schwierigkeiten Hier Sachen zu erfennen, muss ich sagen So Was muss ich tun? Ach so, das ist doch nicht kaputt Gandalf Bau Nein, Gandalf der Weiße Los Troll, mach hin Wie gesagt Das hört sich bei jedem Satz an Als würdest du mir total ins Ohr schreien Das, wo ich so irgendwie in so einem Zustand des Halbschlafens mich fast schon befinde Aragorn, jetzt bist du dran Nein Stellt euch mal vor, ihr seid so fast am Pen Und dann werden sie sich angeschrien Nur um aufgeweckt zu werden Hallo Nicht mal um aufgeweckt zu werden Nein Troll Hör auf damit Die Troll brauchst du auch nicht anzuschreien Trolle verdient's aber Ich hab er nicht Du hast doch getroffen Komm her Mach hin Los Ich weiß gar nicht, wie viel ich schon erledigt habe Hier Ja Das kommt jetzt Ey, das ist so arschig Während dieser Katz ziehen Können die Feinde uns angreifen Und hier können wir stehen bleiben Das ist so blöd gemacht Ja, ramm dein Flügel in den Boden Dadurch machst du nicht deine Flügel kaputt, oder? Oh, Legolas Schon dabei, Mensch Nicht so Was auch immer Hallo, Troll Natürlich macht uns die Sag mal Moment Da ist der Bildschirm schon wieder Angegangen Und weshalb ich jetzt gestorben bin Ja Ich sag mal Machen die jetzt hier einen auf 300, oder was? Unsere Leute So Wer ist denn? Nein Lass mich los Machen wir einen auf 300 Ähm Legolas Du bist auf dem Troll rumballern Mit der Kamera sagt sich das vielleicht Und mit dem Haufen anderer Gegner Auf die er lieber ziehen möchte Als auf den Troll Der ja viel gefährlicher Ereignis ist Hallo Danke, dass du das ganz gut gemacht hast Ich erkenne auch nicht den Unterschied momentan manchmal zwischen den Verbündeten Leere Doch Leere Leere Ich bringe Leere 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 Nein Nein Haha Haha Legolas! Warum schießt Legolas Eigentlich eher auf die eigenen Verbündeten Als auf die Gegner So Hallo Nascool Schon wieder Schon wieder Muss ein schlechter Sänger sein Lass mich raten Dein Nascool ist ein Schlagersänger Bestimmt Ähm, schieß ihn ab Du kamst zu spät Ja, du hast es mir auch erst gesagt Als es schon so gut wie zu spät war Was machst du da? Soll ich in Gymnastik sein? Ey, dieses Beben Das regt mich Das macht mich voll aggressiv Ich krieg gerade solche Agro auf das Spiel Packt er gerade rum? Was soll denn der Scheiß? Ich kann sein, dass er rumbackt? Ich glaube ja Lass mal sich umbringen lassen Habe ich schon Natürlich beide gleichzeitig Sonst hat das keinen Wert Du musst warten mit deinem Tod Ich hab doch gesagt Beide gleichzeitig Wieso hab ich denn jetzt Leben dazu bekommen? So Und beide leben wir schon wieder Was soll denn der Scheiß? Ich kriege echt zu viel gerade Nein Ich kann diese Scheiß Beben nicht mehr ab Ich glaube es backt rum Du hast einen Bug verursacht Schieß mal auf ihn drauf Soll ich neu laden? Ja Ich kriege echt zu viel Oder aussteigen oder so Wie ich dieses Beben nicht mehr sehen kann Der Bildschirm wackelt übelst rum Irgendwie Alle zwei Sekunden Er wappelt rum Das ist ja schrecklich Warum musst du auf einmal rumbacken? Er macht immer nur das gleiche Das Spiel ist scheiße Technische gesehen Das hat nur Bugs und Scheiße Und alles Mann, Mann, Mann Erst die Scheiß Spinnen Die sich nicht kaputt machen lassen Und jetzt das Hättest du ihn abgeschossen? Wäre es auch nicht passiert Doch Bestimmte wäre der trotzdem rumgebacken Ich bin in der Luft weggeflogen Tja Aber normalerweise Hat so ein Bug auch so nicht zu passieren Ja, scheinbar haben wir das ganze Spiel zum Absturz bekommen Weil der Ladebildschirm nicht mehr Fuchs und Nückel tut Doch Es ist wie bei Spyro and the Dragonfly Unendliche Ladezeit Unendliche Ladezeit Das können wir wegklicken Das kennen wir ja alles schon Ja Wir bekommen nach einer Ladezeit Eine Ladezeit Ist das nicht was tolles? Und wir haben eine Ladezeit Weil wir ja schon übersprungen haben Meine Fresse Das war nur eine Rinderkatsi Kommt her Ihr Schweine Überhaupt Das war eigentlich ja nur ein Video Jetzt spielt sie schon wieder Gimli Da Guckt es euch an Während der Filmsequenz Können die Gegner uns angreifen Aber wir können uns keinen Zentimeter bewegen Ich glaube aber wir kriegen Ich komme kein Leben davon weg Doch Kriegen wir Regula ist es gerade eben deswegen verreckt Das ist Ein richtig Asoziales Spiel Los komm her Hau auf mich Au Und das kann man nicht ausweichen Nein du bist gestorben Weil Legula ist lieber auf Gimli zählt Als auf irgendwelche Orks Ne Der hat mich gekillt Ne Aber ich habe dich direkt Ich habe dich direkt davor Getroffen Weshalb du ein Herz weniger hattest Und deswegen sterben musstest Sonst hättest du das überleben Nein Er hat mich schon wieder In deinem Schwitzkasten Los Baut zusammen Gimli Los Troll Haut er sich immer selber Bum 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 Oh Kaputt mit euch Weißt du was Der ganze Level regt mich einfach Grad so tierisch auf Ich weiß nicht wieso Aber ich habe nie Einen beschisseneren Level Gespielt Das ist nicht so Okay Los Hau auf mich Rauch Oh Könnte ausweichen Hallo Nasku Wir haben uns ja schon öfters gesehen Da kommt er Da kommt er Und diesmal Denk dran Beobachte ihn Weißt du Wenn man meint Angeschrien zu werden Wäre nicht schon schlimm genug Dann ist der Level auch noch scheiße Okay Okay Nein Ich bin wieder tot Hast du abgeschossen? Ja Ich habe gerade so gedacht Passiert jetzt auch noch was Auf zum Troll Mach ihn kaputt Aber schnell Hallo Gimli Jetzt werde ich mit der Axt umgeklappelt Schieß Hallo Und das cool Bei diesem Kameraschwenk Ist wie eben Dass ich das Gefühl hatte Irgendwas Pass auf Den Bildschirm aus Irgendwas wäre Eine Sekunde Lang eingepflügt worden Oder so Hatte ich letztes Mal auch schon Das Gefühl Bei diesem Kameraschwenk Und diesmal auch wieder Passt auf ihn auf Passt du auf deine Lautstärke auf Ja Mein Trommelfell Muss noch existieren Morgen Trieß Sagt das Legolas Er schießt nämlich lieber Auf irgendwelche Orks Die 200 Millimeter Äh 200 Kilometer entfernt Ein Streit Hallo Hallo Troll Was machst du da oben Kommt der hier hin Oder Ich hasse Trolle Was hasse ich solche Trolle Und Aragon Aragon ist tot Hast du doch gesehen Teil 1 Das Stück ist kaputt Da 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 Au Der hat mich mit einem Schwerd getötet Seine Rüstung ist flöten Wo willst du hin Warum musst du denn jetzt noch Hinterher Los Scheiß Gegner Umbringen Du bist schneller als ich Was hast du gesagt Man sagt doch immer so schön Die ersten werden die letzten sein Hat er mich gerade aber umgebracht Nein Ah musst du hier irgendwas so aufballern Legolas Was muss ich denn Was muss ich denn Da was machen Zielscheibe Kreis Ach ne Was ist dann gebaut werden Das kann auch jeder andere auch Das hab ich erstmal nicht gesehen Ich bin tot Mal wieder Legolas Warum Kannst du nicht Was ist los Da macht er alles kaputt Ah du musst ja draufstehen Du musst ja draufstehen Los Tschüss Und schon wieder Das ist cool Die Adler Die Adler kommen Oh ja Sie kommen Luftkampf Und sie hacken Sie einfach weg Juhu Jetzt können wir Frodo Weitermachen Yes Holst kämpfen wir Ich bin noch müder Als vorher Wurde ich sagen Weit ist jetzt zu Ende Ich würde ja gerne Jetzt im letzten Part Hier jetzt noch So ein paar abschließende Emotionale Bewegende Irgendwelche Worte Halt zu sagen Wie ich das sonst Halt so tue Wenn ich ein Projekt Abschließe Aber erstens Ist das ja nicht mal Mein eigenes Projekt Und zweitens Bin ich dazu Mental eigentlich Gar nicht in der Lage Gerade Viel zu müde Wir hätten auch schon Früher aufnehmen können Hallo Wechsel Level Wo bist du da Ich bin eher da Ich bin ja auch nur da Um die Geisterstarts Einzusammeln Ich bin ja auch nur da